Englisch ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach Was ist dein Lieblingsfach, Englisch oder was? Torben ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach Was ist dein Lieblingsfach, Torben oder was? Einmal in der Woche, Kunst und Musik, zweimal in der Woche, Griechische und Deutsch, dreimal in der Woche, Mathe, Englisch, aber. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist dein Lieblingsfach? Was ist dein Lieblingsfach? Was ist dein Lieblingsfach? Mathe oder was? Was ist dein Lieblingsfach? Lieblingsfach, Lieblingsfach, was ist dein Lieblingsfach? Sag mir was! Einmal in der Woche, Kunst und Musik, zweimal in der Woche, Griechische und Deutsch, dreimal in der Woche, Mathe, Englisch, aber. Und er ist ein Lieblingsfach, weil es sich noch so gut ist.